Musik Oh 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 Okay, er geht jetzt weg Deckung wechseln Oh, er hat mich da gesehen Deckung überfinden Ich eigentlich auch nicht Sondern ich will hier hin Ja, Deckung... Was? Äh, Deckung wechseln Das ist ins Falsche gedrückt Oh, ich kann doch den da nicht einfach so Niederangeln, oder? Vor allem nicht, wenn der da steht Oh, was sehe ich da oben? Wat? Wat, wat, wat? Abbrechen, abbrechen Was? Was habe ich jetzt gemacht? Ach du Scheiß Da oben sehe ich was Da sehe ich eine Kante Hm, Mama Hä, komm, jetzt bewegt dein... Oh lolololololololololololol Da oben kann ich hoch Was es mir bringt Kann ich euch nicht sagen Wir's einfach mal, gleich So. Jetzt ist der weg. Jetzt kann ich hier Deckung... So, jetzt kann ich da hoch... Kante. Toll, dass nun... Boah. Okay, hier kann ich nochmal hoch. Hoch. Hoch! Hey, das ist wie eine Sniperposition hier. Ah, okay. Hätte ich jetzt bloß auf einem anderen Weg... das Ding hier überbrücken können. So. Dann so. Da lang. So. Hmm. Würden mich locker alles sehen. Vor allem der. Und ich habe ja da oben einen Kontrollpunkt. Da würde ich sagen, dass ich es gleich ausprobiere. Dass ich... Vielleicht erst mal das... Die Flasche hier nehme. Und wenn der dann weg ist... Unterlegen. Heißt hier übrigens das Gebiet. Wenn ich... Dann mache ich es so. Äh, so. Fuck. Das war falsch. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Boah. Geil. Ehrlich gesagt. Holt ich mir jetzt da hinten nochmal kurz die Flasche. So. Gut aufpassen, dass der mich nicht sieht. Dann werde ich das Ganze gleich nochmal machen. Geht erst da hinten noch. So. Der kann überwinden. Hallo. Zurück. Zurück. Deckung. Überwinden. Uuuh. Ich muss den... Ich muss das Messer holen. Oh. Hier ist auch noch eins. Finde ich gut. Muss ich nicht da nach hinten laufen. So. Mal gucken, wo er steht. Das hat niemand mitbekommen. Ach du Scheiße. Wie schlecht sind denn die bitte? Ziegelstein. Ziegelstein in Flasche aus. Tabulator. Skirky ist verwundet. Er hinterlässt mit Sicherheit eine Blutspur. Okay, hier. Mama. Wir haben hier eine tote Person. Was? Wir haben hier eine tote Person. Ja, genau wie ich dachte. Nausetot. Ich laufe jetzt hier einfach weiter. Was macht denn die Einheit von dem hier? Wir freilet euch aus Luft nach eben. Verstand? Hmm. Hmm. Okay. 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 Sehr gut. Okay. Sehr gut. Oh, Mama. übertreibt es nicht hier ist eine Blutspur, ist die Hilfe ja, oh, ist die Hilfe ist jetzt leer Brand es gefällt mir ja gar nicht, wenn das Brand okay da ist Blut, da ist Blut Alpha kontrolliert das brennende Gebäude Delta, Delta, sichert den Markt los oh, oh okay, hier ist soweit schon nichts durch die Beringe lassen sich die Schützen leicht ablenken die Dbetter das wird hier schon Mama, Mama! Zu viel! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay. Okay. Komm schon nach unten. Nein, nach unten. Kante. Hier könnte ich nach unten. Oder hier kann ich nach unten. Ich sehe nichts. Oh. Versteck dich doch, du. Okay, cool. Jetzt muss ich da hinten hin. Irgendwie, wenn der jetzt noch weggeht. Oh, hier könnte ich eigentlich hin. Ups, das habe ich jetzt verschissen. Verschießel die diesen. So, der guckt in meine Richtung. So. Öffnen. Und jetzt? Oh, da ist wieder Blut. Okay. Okay. Ich kann jetzt einfach hier mal nach oben. Setze ich mal. Da ist überall Blut. Blut, Blut, Blut. 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 Hier geht's weiter. Schlossknacken. Oh, ist aber schon ein wenig anspruchsvoll. Muss man sagen. Der Scharfschütze der Agentur hat sich bereits die perfekte Position ausgesucht. Ach, das ist ein Scharfschütze. Oh mein Gott. Warum passiert mit uns nur das schöne Bauernmarkt? Laufen euer links, gute Börder von oben. Was, 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 was passiert da? Oh. Okay. So, jetzt kann ich entweder hier lang. Und kann den sozusagen erdrosseln. Durch eine Annäherungsmine. Die ist Alpha. Bis jetzt noch nichts. Checken jetzt die Frage. Over. Halt. Was hab ich jetzt gemacht? Schleppen. Ich möchte ihn gern irgendwo verstecken. Wenn es geht. Loswerden. Okay, gut. C4. Wieso denn schon wieder C4? Die hab ich. Ah, okay. Die hab ich schon. Wo war denn das andere? Juli, du bist Bläder. Hier ist Skylight. Bin in Position. Over. Okay. So. Und was bringt es mir jetzt? Oh. Upsa. Ja, gut. Ich kann doch nicht hier jetzt jeden umballern, oder? Halt, halt, halt. Bleib doch da. Sicher? Okay, gut. Freut mich. Hier ist Fias. Keine Spur von der Zielperson. Over. Verstanden, Fias. Checkt alle Zivilisten. Mh, da kommt ja was. Ach du Shit. Ach du Shit. Okay. Nein, nicht verlassen. Auf jeden Fall nicht verlassen. Hey, wo geht denn der lang, bitte? Ach. Oder besser gesagt, wo ist denn der lang gegangen? Ernährungsmine scharf machen. Ist die Frage, wo der jetzt hingeht. Ähm. Ist die Frage, wo der jetzt hingeht. Okay, der geht wieder weg. Halt, hier schwe. Warte, hier ist doch Blut. Ich soll doch dem Blut folgen, hat er gesagt. Hier ist Blut. Äh, hallo? Hier ist Blut. Oh. Wo noch? Da hinten. Mhm. Was, was, die Sniper-Position soll doch heißen. Sollte doch eigentlich heißen, dass ich hier eigentlich alles wegsnipern sollte. Vergleiten. Oh. Cool. So. Jetzt gehe ich erst mal da hin. Und snipe mal... ...den hier weg. Wenn der mal stehen bleiben würde. Mann. Hier, 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 warte. Warte. Mist, trauisch. Was, die haben mich entdeckt? Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, jetzt heißt es wieder abwarten. Selang breche ich mir nur mal was von der Milka ab. So. Okay. Alles klar. Also. Ow. Oh. Well, yeah.